Die Gästeliste im Snipes Store auf der Hohestraße in Köln war lang an diesem Abend. Gäste und Mitarbeiter feierten den neu eröffneten Store. Im Vordergrund des Store-Designs steht vor allem die Marke Snipes. In jedem noch so kleinen Detail haben die Designer und Ladenbauer den Snipes-Schriftzug untergebracht, vom Schuhregal über die Wände bis hin zum Kleiderbügel. Das Herz des Store-Designs schlägt Hip-Hop. Deshalb ist Streetlook angesagt. Der Bodenbelag wie auf der Straße, Gullideckel und an den Wänden Metalle wie bei Hoftouren und Containern. Die Schuhregale sind einzigartig. Am Treppenaufgang wirken sie wie aufgefächert, lassen den Blick in den Raum frei. So wirken sie trotz ihrer Höhe nicht zu massiv. Der papierlose Store setzt nicht mehr auf herkömmliche Plakate, sondern auf digitale Screens. Auf den Bildschirmen bewegt Bilder aus der Hip-Hop-Szene, Models und Produkte. Auch in Sachen Service ist der Store digital unterwegs. Freies WLAN, USB-Stecker integriert in den komfortablen Sitzgelegenheiten. Online erlaubt. Die Lampen in X-Form an der Wand weisen auf das 20-jährige Jubiläum hin. Den Sneaker-Fans gefällt das klare Konzept, das auf alle Snipe-Stores in Deutschland ausgerollt werden soll.